Anahel Anahel ist ein Engel, der in der Kabbalah eine wichtige Rolle spielt. Anahel herrscht über die Prinzen des dritten Himmels. Die Prinzen des dritten Himmels heißen Jabniel, J-A-B-N-I-E-L, Dalkwiel, D-A-L-Q-U-I-E-L und Rabakial, R-A-B-A-C-I-A-L. Man könnte den dritten Himmel als Ebene des Manipura-Chakras deuten und so könnte man sagen, die dritte Ebene ist die Ebene des Manipura-Chakras und darüber herrscht Anahel zusammen mit den drei Prinzen.